Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Und zwar habe ich schon gemerkt, wow, was ist los, uh, Titel steht in die Beschreibung und zwar geht es Ihnen so einfach nur kurz in der Information, dass ich jetzt überlegt habe, einfach YouTube-Videos hochzuladen, also in verschiedene Richtungen, also weniger was Gaming angeht, aber dafür mehr, was in meinem Leben ist. Und ich möchte einfach gerne mehr Videos drehen, wo ich vor der Kamera stehe und die Kamera dabei habe, alles, was halt so in meinem Leben passiert und ja, eben mehr halt so in die Richtung gehen will und eben auch auf Instagram, TikTok und alles Mögliche einfach ja, mehr zeigen, was in meinem Leben vorgeht und ähm, ja genau, also darum geht es einfach um jetzt Veränderungen, dass halt mehr Sichtung, Freestyle, Vlogs und so, ähm, das Ganze in die Richtung geht. Und genau, also, ähm, ich werde hier auch mal auf dieser, nein, auf dieser Seite hier einfach mal kurz auf das Video gehen, ähm, wo ich überall, ähm, Social Media, äh, bin, also Instagram, TikTok, Facebook, genau, wo man halt überall zu finden ist und halt klar, YouTube, sonst werde ich hier gar nicht sein. Ja gut, also, das heißt, ab sofort könnt ihr immer, ähm, hier, was freut ihr sehen, von mir, von meinem Leben, von alles und halt auch, wenn ich mit meinem Hund oder sowas gemacht habe, genau, und ähm, freue mich einfach, ähm, und hoffe einfach, dass es manche Leute einfach, ähm, ähm, ja, mitbekommen und, genau. Am besten ist es natürlich, wenn ihr dieses Video irgendwie mal seht, dann einfach die Glocke aktivieren, wenn ihr schon abonnenten seid oder wenn ihr kein abonnenten seid, abonniert und die Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Ciao!